Die Erdgeschichte erstreckt sich über mehr als 5 Milliarden Jahre und in dieser Zeit sind unzählige Arten entstanden und verschwunden. Allerdings stoßen wir in der Geschichte der Evolution oft auf überraschende Wendungen. Durch sorgfältige Forschung und erstaunliche Entdeckungen haben Wissenschaftler Beweise dafür gefunden, dass einige dieser prähistorischen Tiere noch heute existieren. Von in den Tiefen des Ozeans wiederentdeckten Kreaturen bis hin zu versteckten Wäldern bereiten sie sich darauf vor, Tiere zu entdecken, die als ausgestorben galten, aber heute noch am Leben sind. Nummer 1 Man ging davon aus, dass das Wollhammermut, ein ikonisches Symbol der Eiszeit, vor 4000 bis 10.000 Jahren ausgestorben war. Nur Knochen und Stoßzähne zeugten von seiner Existenz. Fossilien, die in den gefrorenen Tundren Sibiriens, Nordamerikas und Europas gefunden wurden, deuten darauf hin, dass diese Mammuts aufgrund von Klimaveränderungen und dem Druck der menschlichen Jagd am Ende der letzten Eiszeit verschwanden. Jüngste Entdeckungen und wissenschaftliche Fortschritte haben jedoch zu neuen Erkenntnissen über diese majestätischen Kreaturen geführt und die Diskussion über ihre mögliche Auferstehung wiederbelebt. Im Jahr 2013 entdeckten Wissenschaftler in Sibirien Überreste von Wollhammermuts mit intaktem Muskelgewebe und flüssigem Blut ein revolutionärer Fund, der eine detaillierte Untersuchung ihrer DNA und Physiologie ermöglichte. Diese Studien zeigten, dass Wollhammermuts unglaublich gut an kalte Umgebungen angepasst waren, mit langem, dickem Fell, einer dicken Speckschicht und großen, gebogenen Stoßzähnen, die es ihnen erleichterten, in Schnee und Eis nach Nahrung zu suchen. Darüber hinaus haben jüngste Berichte die Intrigen über seine Existenz verstärkt. Im Jahr 2012 gaben einige Einwohner Sibiriens an, eine Kreatur gesehen zu haben, die einem Wollhammermut ähnelte und durch die Region streifte. Aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Angst, die Kreatur zu verscheuchen, gelang es ihnen jedoch nicht, nahe genug heranzukommen, um ihren Verdacht zu bestätigen. Obwohl einige vermuten, dass es sich um einen wilden Elefanten gehandelt haben könnte, glauben viele Wissenschaftler, dass die Beschreibungen mit keiner bekannten Elefantenart übereinstimmen. Die physischen Merkmale von Wollhammermuts, wie etwa ein Fetthaufen hinter dem Kopf, der als Energiereserve diente, kleinere Ohren zur Minimierung des Wärmeverlusts und Zähne, die zum Kauen gefrorener Vegetation geeignet sind, unterscheiden sich deutlich von denen moderner Elefanten. Diese Merkmale sind in den zahlreichen mumifizierten und fossilen Exemplaren dokumentiert, die von Paläontologen untersucht wurden. Obwohl das Wollhammermut offiziell ausgestorben ist, ist die Hoffnung, diese großartigen Tiere wieder auf der Erde zu sehen, eine aufregende Aussicht. Wissenschaftler untersuchen die Möglichkeit, diese alten Riesen zu klonen oder Elefantenhybriden mit Mammutmerkmalen zu schaffen. Nummer 2 Der Elfenbeinspecht ist mit einer Länge von etwa 20 Zoll und einer Flügelspannweite von fast 30 Zoll einer der größten Spechte der Welt. Aufgrund seines beeindruckenden Aussehens und seiner schwer fassbaren Natur war er als Gottvogel bekannt und galt als ausgestorben. Sein charakteristisches Gefieder besteht aus glänzend schwarzen Federn mit markanten weißen Markierungen am Hals und einem weißen Streifen auf dem Rücken. Männchen haben einen leuchtend roten Kamm, während Weibchen einen glatten schwarzen Kamm haben. Sein kräftiger, blasselfenbeinfarbener Schnabal gibt ihm seinen Namen und dient dazu, die Rinde von Bäumen zu zerkleinern und sich von Insekten und Larven zu ernähren. Dieser majestätische Vogel, der in den Hartholzwäldern im Südosten der USA und Teilen Kubas beheimatet ist, wurde zuletzt Mitte des 20. Jahrhunderts in großer Zahl gesichtet. Die Zerstörung seines Lebensraums und die Jagd waren die Hauptursachen für sein vermutetes Aussterben. Doch im Jahr 2004 erregte eine aufregende Entdeckung weltweite Aufmerksamkeit, als ein Team von Ornithologen und Vogelbeobachtern berichtete, den Elfenbeinschnabalspecht in den Sümpfen von Arkansas gesehen zu haben. Diese Feststellung wurde durch kurze, körnige Video- und Audioaufnahmen ihrer charakteristischen Rufe gestützt. Diese Entdeckung weckte Hoffnung und Interesse bei Vogelbeobachtern und Wissenschaftlern und löste umfangreiche Such- und Naturschutzbemühungen aus. Seitdem gab es zahlreiche Berichte und Aufzeichnungen über Sichtungen dieses Vogels durch verschiedene Personen, es konnten jedoch keine schlüssigen wissenschaftlichen Beweise erbracht werden. Trotz zahlreicher Expeditionen und dem Einsatz fortschrittlicher Technologien bei der Suche gibt es keinen eindeutigen Beweis für eine stabile Population. Obwohl es Druck gibt, den Elfenbeinspecht für Ausgestorben zu erklären, bestehen Biologen und Vogelbeobachter darauf, dass er immer noch existiert. Kommentare von Ornithologen, Amateurbeobachtern und Gemeinden, die den Vogel als kulturelles Symbol betrachten, haben die Hoffnung bestärkt, dass dieser majestätische Vogel noch da draußen ist. Nummer 3 Der Thaka, ein großer, flugunfähiger Vogel aus Neuseeland, galt lange als ausgestorben. Ein Thaka, der für sein lebhaftes Gefieder und seine robuste Größe bekannt ist, wurde zuletzt im späten 19. Jahrhundert gesehen, was Wissenschaftler zu dem Schluss führte, dass er der Zerstörung seines Lebensraums zum Opfer gefallen war und Raubtiere eingeschleppt hatte. In einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse wurde der Vogel jedoch 1948 von Dr. Jeffrey Orbel in den abgelegenen Murchison Mountains auf der Südinsel Neuseelands wiederentdeckt. Die Wiederentdeckung des Thaka war geradezu ein Wunder, tatsächlich wurde der Vogel, der Vogel, der von den Toten auferstanden ist, genannt. Dr. Orbel, ein engagierter Ornithologe, hatte schon lange vermutet, dass der Vogel in der unerforschten Wildnis weiterhin existieren könnte. Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus, als er und sein Team während einer Expedition eine kleine Population von Thakas fanden und damit die Widerstandsfähigkeit der Natur demonstrierten. Die Körpermerkmale des Thaka sind unverwechselbar und haben Wissenschaftler und Vogelliebhaber fasziniert. Es ist ein großer Vogel, etwa 63 cm groß und bis zu 3,6 kg schwer. Sein Gefieder ist eine auffällige Mischung aus tiefem Blau und Grün mit einem kräftigen roten Schnabel und kräftigen Beinen. Diese Vögel haben große, kräftige Beine, die an ihre terrestrische Lebensweise angepasst sind und ihre Flügel sind zwar klein und nicht zum Fliegen geeignet, dienen aber zum Gleichgewicht und zur Zurschaustellung bei Balzritualen. Die Anatomie und die Fossilienfunde des Thaka deuten darauf hin, dass er schon seit Millionen von Jahren existiert und sich an die einzigartigen Ökosysteme Neuseelands angepasst hat. Ihre starken Beine und großen Füße weisen auf ein Leben hin, das auf der Suche nach Nahrung unwegsarmes Gelände durchquert. Der Vogel ernährt sich hauptsächlich von Büschelgräusern und reißt mit seinem kräftigen Schnabel die nährstoffreichen Pflanzenteile ab. Seitdem wurde der Vogel zahlreich gesichtet und im Jahr 2023 meldeten Naturschützer einen stetigen Anstieg der Population, wobei immer mehr Vögel in räuberfreie Schutzgebiete in ganz Neuseeland entlassen wurden. Dies sichert ihr weiteres Überleben und unterstreicht den Erfolg der laufenden Erhaltungsbemühungen. Nummer 4 Diese Haie leben seit erstaunlichen 125 Millionen Jahren im tiefsten Teil des Ozeans. Aufgrund ihres tiefen Lebensraums begegnen wir ihnen selten, was unser Wissen über sie einschränkt. Einige können bis zu 13 Fuß lang werden und haben einzigartige Merkmale wie eine flache Nase, nagelartige Zähne und rosa Haut. Sie sind vielleicht die ungewöhnlichste Haiart, die es gibt wie direkt aus unseren schlimmsten Albträumen. Sie leben in Tiefen von über 330 Fuß und man geht davon aus, dass sie sich im Vergleich zu anderen Haien in flacheren Gewässern langsam fortbewegen. Sie suchen ihre Nahrung auf dem Meeresboden und ernähren sich von Krebstieren, Tintenfischen und Fischen. Ihre langen Nasen verfügen über spezielle elektrische Sensoren, die ihnen helfen, Beute im Dunkeln zu erkennen. Sie schleichen sich von hinten an dich heran, führen mit ihren kräftigen Kiefern schnelle, tödliche Angriffe aus und lassen kaum Raum zum Entkommen. Glücklicherweise liegen Koboldhaie in den tiefsten Teilen des Ozeans, außerhalb der Reichweite menschlicher Forschung. Wenn sie sich in zugänglichen Gebieten aufhalten würden, wäre die Begegnung mit diesen Raubtieren ein schreckliches Erlebnis. Nummer 5 Anomalocaris, ein uraltes Lebewesen, das lange vor den Dinosauriern, in einer Zeit namens Cambrium, vor etwa 500 Millionen Jahren, über die Meere segelte. Im Gegensatz zu den Riesenmonstern, die man üblicherweise mit der Vorgeschichte in Verbindung bringt, war der Anomalocaris überraschend klein, kaum einen Meter oder sogar weniger lang. Sein schlanker Körper mit gewählten Flossen und einer großen Fächerform trieb ihn elegant und kraftvoll durch das Wasser. Mit gefährlichen gekreuzten Gliedmaßen bewaffnet, verfolgte es seine Beute unermüdlich, sein quadratisches Maul bereit für einen tödlichen Biss. Bei einer frühen Unterwasserjagd verfolgte der Anomalocaris mit seinen scharfen Stielaugen seine Beute mit anmutigen Bewegungen und demonstrierte damit seine Dominanz in der Umwelt und seine Position an der Spitze der Nahrungskette in einer sich entwickelnden antiken Welt. Einige Wissenschaftler glauben, dass Anomalocaris das erste Raubtier in großer Höhe in der Geschichte gewesen sein könnte, eine bahnbrechende Kraft in der Entwicklung. Seine einzigartige Körperform und seine Jagdtaktiken machen ihn für Forscher interessant, die die ferne Vergangenheit unseres Planeten verstehen möchten. Trotz seiner nach modernen Maßstäben geringen Größe hatte Anomalocaris großen Einfluss auf das Ökosystem seiner Zeit. Nummer 6. In den dunkelsten Teilen des Ozeans lebt der Kragenhai, ein faszinierendes und furchteinflößendes Tier. Stellen Sie sich eine lange, dünne prähistorische Schlange mit dinosaurierähnlichen Zähnen vor, das ist ein Kragenhai. Sie sind scheu und selten zu sehen, wir hatten erst 2004 Bilder. Obwohl sie schwach erscheinen, handelt es sich um lebende Fossilien, die seit 80 Millionen Jahren in den Ozeanen schwimmen. Ihr Aussehen und ihre ausgestorbenen Verwandten machen sie einzigartig. Aufgrund ihres Aussehens werden sie gerüscht genannt. Wenn sie den Mund öffnen, ist es erschreckend, mehr als 300 scharfe Zähne in 25 Reihen. Trotz ihres dünnen Körpers sind sie muskulös und können ihre Beute wie eine Landschlange angreifen. Ein australischer Fischer, der 2015 einen gefangen hatte, beschrieb ihn als einen großen Aal mit einem Horrorfilm-Kopf. Er nannte es ein Seeungeheuer und schwor, nie wieder ein anderes zu fangen. Nummer 7. Tief unter der Meeresoberfläche versammeln sich tausende dieser außergewöhnlichen Kreaturen und bilden ein faszinierendes Schauspiel der Wunder der Natur. Dieser Garten liegt vor der Küste Zentral-Kaliforniens und ist ein Naturwunder, unberührt von Menschenhand. Der 2018 von Forschern entdeckte Octopus Gordon hat die Welt mit seiner Unermesslichkeit und Komplexität sprachlos gemacht. Es dauerte mehrere Jahre sorgfältiger Forschung, um seine Geheimnisse zu lüften, aber was sie fanden, war wirklich außergewöhnlich. Der Garten beherbergt über 5000 Kraken auf einer Fläche von 6 Hektar, wobei die Gesamtpopulation auf über 20.000 geschätzt wird. Diese Kraken, bekannt als Muso Octopus robustus, wandern zu Paarungs- und Nistzwecken in den Garten. Für sie ist es eine einmalige Reise, eine Pilgerreise, um den Fortbestand ihrer Linie sicherzustellen. Die Weibchen wählen sorgfältig warme Orte zur Ablage ihrer insgesamt etwa 60 Eier aus, die sie mit unerschütterlicher Hingabe beschützen. Was diesen Garten wirklich einzigartig macht, ist seine Lage am Fuße des Davidson Sea Mount, einem ruhenden Vulkan. Das warme Wasser rund um den Busch, das durch hydrothermale Quellen erwärmt wird, bietet die perfekte Umgebung für das Gedeihen von Kraken. Die Hitze beschleunigt die Inkubationszeit der Eier, sodass der Nachwuchs in weniger als zwei Jahren schlüpfen kann, eine bemerkenswerte Leistung in der Tiefsee. Doch das Leben im Arctopus-Golden ist nicht ohne Herausforderungen. In der Tiefe lauern Raubtiere, angelockt von der Fülle an Nahrung, die die verstorbenen Kraken bieten. Aasfresser wie Riesengrenadiere und Sehsterne ernähren sich von den Überresten und sorgen so für ein empfindliches Gleichgewicht im Ökosystem. Trotz der Risiken ist der Arctopus-Golden weiterhin ein Leuchtturm des Lebens in den Abgrundtiefen. Seine Entdeckung hat neue Türen für die wissenschaftliche Erforschung geöffnet und die verborgenen Wunder unserer Ozeane enthüllt. Während Forscher diesen bemerkenswerten Lebensraum weiterhin erforschen und schützen, werden wir daran erinnert, wie wichtig es ist, unsere Meeresumwelt für zukünftige Generationen zu erhalten. Nummer 8 Die Kaimanschildkröte der Gattung Mark Rochelis ist eine der größten Arten unter den Süßwasserschildkröten. Sein markanter Panzer mit gezackten Kanten kann eine Länge von bis zu 80 cm erreichen. Seine Färbung, meist in Braun- oder Olivtönen, ermöglicht es ihm, sich in seiner Wasserumgebung geschickt zu tarnen. Eine seiner bemerkenswertesten Eigenschaften ist seine Fähigkeit, dank seiner angepassten Nase längere Zeit unter Wasser zu bleiben. Diese Schildkröte ist ein Fleischfresser und ernährt sich von einer Vielzahl von Beutetieren, darunter Fischen, Krebstieren und Wasservögeln. Sie nutzt ihren kräftigen Kiefer und ihre scharfen Zähne, um ihre Nahrung zu erbeuten. Trotz seiner imposanten Präsenz ist er ernsthaften Naturschutzbedrohungen wie Lebensraumverlust und illegaler Jagd ausgesetzt. Es werden Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz dieser Art durchgeführt, es sind jedoch größere Anstrengungen und ein größeres Bewusstsein erforderlich, um ihr langfristiges Überleben sicherzustellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Alligatorschildkröte sowohl wegen ihrer einzigartigen Anpassungen an die aquatische Umwelt als auch wegen ihrer entscheidenden Rolle in Süßwasserökosystemen faszinierend ist. Die Herausforderungen für den Naturschutz machen jedoch deutlich, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um sein zukünftiges Überleben zu sichern. Nummer 9. Das Gavialkrokodil, eine faszinierende Art, die für ihr einzigartiges aussehen und ihre Wasseranpassungen bekannt ist. Es handelt sich um ein großes Reptil, das in Süßwasserflüssen auf dem indischen Subkontinent vorkommt. Sein charakteristisches Merkmal ist seine lange, dünne Schnauze, die mehr als die Hälfte seiner Gesamtlänge ausmacht. Dieses Reptil ist ein geschickter Schwimmer und ernährt sich dank seiner speziellen Kieferstruktur hauptsächlich von Fischen. Ihre scharfen Spitzenzähne eignen sich ideal zum Fang von Wasserbeute. Das Gavialkrokodil bevorzugt Lebensräume mit ruhigem, weichem Wasser wie Flüssen und Flussmündungen. Trotz seines imposanten Aussehens gilt es aufgrund von Lebensraumverlust, Wasserverschmutzung und Wilderei als gefährdet. Es werden Naturschutzbemühungen umgesetzt, beispielsweise Programme zur Zucht in Gefangenschaft und die Öffentlichkeit soll für die Bedeutung der Erhaltung ihres natürlichen Lebensraums sensibilisiert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Gavialkrokodil durch seine lange und dünne Schnauze auszeichnet, die für die Fischjagd geeignet ist. Obwohl sie vor Herausforderungen beim Schutz steht, werden Anstrengungen unternommen, um diese einzigartige Art zu schützen und zu ihrer Erhaltung in freier Wildbahn beizutragen. Nummer 10 Promachototis, ein faszinierender Bewohner der Meerestiefen, zeichnet sich durch seine morphologische Einzigartigkeit aus, die die Grenzen unseres Verständnisses herausfordert. Mit einem auffallend großen und abgeflachten Kopf, Augen, die in der Dunkelheit fast leuchtend erscheinen, und kurzen Tentakeln, die ihm ein rätselhaftes Aussehen verleihen, ist dieser Tintenfisch ein wahres Wunder der Natur. Noch faszinierender ist das Vorhandensein verlängerter Flossen am Oberkörper, ein besonderes Merkmal, das ihn von den Kreaturen des Abgrunds abhebt. Ihr Tiefseelebensraum stellt für Wissenschaftler eine Herausforderung dar, da die extremen Bedingungen es schwierig machen, ihre Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu untersuchen. Der Mangel an Informationen über dieses mysteriöse Wesen verleiht seiner Existenz eine Aura der Intrige. Trotzdem werden weiterhin Forschungsbemühungen unternommen, angetrieben von dem Wunsch, die Geheimnisse rund um Promachototis zu lüften. Die Suche nach einem besseren Verständnis seiner Ökologie und Biologie ist ein Weg voller Unsicherheit, aber auch Staunen. Jede neue Entdeckung über diesen rätselhaften Tintenfisch bringt uns dem Verständnis der Komplexität und Vielfalt des Lebens in den tiefen Ozeanen ein Stück näher und erinnert uns daran, dass es in den Tiefen unseres Planeten noch viel zu erforschen und zu entdecken gibt. Nummer 11 Bandwürmer sind eine Gruppe von Parasiten, die zum Stamm Plettihilmintes, genauer gesagt zur Gruppe der Estodia, gehören. Diese flachen Parasiten haben längliche, abgeflachte Körper, die an Bänder erinnern, daher ihr gebräuchlicher Name. Der Lebenszyklus eines Bandwurms umfasst typischerweise zwei oder mehr Wirte. Typischerweise ist der Zwischenwirt ein pflanzenfressendes oder fleischfressendes Tier, das die Eier oder Larven der Estodien aufnimmt. Sobald sie sich im Wirt befinden, entwickeln sich die Larven zu sogenannten Zystizerken. Wenn ein Tier, beispielsweise ein Säugetier, das rohe oder ungekochte Fleisch des Zwischenwirts verzehrt, werden Zystizerken in den Verdauungstrakt freigesetzt. Anschließend heften sie sich an die Darmschleimhaut und entwickeln sich zu erwachsenen Würmern. Einige Arten von Bandwürmern können den Menschen parasitieren und Erkrankungen wie Teniasis verursachen, eine Infektion mit erwachsenen Bandwürmern im menschlichen Darm. Dies kann durch den Verzehr von rohem oder ungekochtem Fleisch geschehen, das die Larven dieser Parasiten enthält. Es ist wichtig, Hygienemaßnahmen einzuhalten und Lebensmittel richtig zuzubereiten, um Infektionen durch Bandwürmer und andere lebensmittelbedingte Parasiten vorzubeugen. Bei Verdacht auf eine Infektion sollte für eine ordnungsgemäße Diagnose und Behandlung ein Arzt aufgesucht werden. Nummer 12 Chiasmodon Niger ist eine Tiefseefischart, die zur Familie der Chiasmodontide gehört. Aufgrund seines dunklen Aussehens und seiner einzigartigen Essgewohnheiten ist er allgemein als schwarzer Fresser bekannt. Dieser Fisch kommt in den Tiefen des Ozeans vor, insbesondere in der mesopelagischen Zone, wo das Sonnenlicht kaum eindringt. Zu den bemerkenswerten Merkmalen von Chiasmodon Niger gehören seine geringe Größe, normalerweise etwa 10 cm lang, und sein ausfahrbarer Kiefer, der es ihm ermöglicht, Beute zu verschlingen, die größer als sein eigener Körper ist. Dieser Fisch ernährt sich von anderen Meeresorganismen in der Tiefe und fängt mit seinen scharfen Zähnen Beute. Chiasmodon Niger ist aufgrund seiner einzigartigen Anpassung an die Tiefseeumgebung und seines speziellen Fressverhaltens Gegenstand des Interesses der biologischen Forschung. Studien an diesem Fisch tragen zum Verständnis des Lebens in der Tiefsee bei, wo die Bedingungen für die meisten Lebensformen äußerst schwierig sind.